Trinken, was schon wieder jetzt? Der trainiert nicht, weil er trinken will. Nix, du trainierst jetzt, auf jetzt, hör mal auf jetzt mit dem Mist. Guck mal hier, zack, Hände hoch, bumm, runter und bam, bam und tritt. Hüpp, auf, Hände hoch, sonst gibt es einen auf den Nuss. Guck mich an, guck mich an, dreh dich um und hopp, nochmal, hopp, runter und schlagen. Links, rechts und tritt. Jawohl, ich sage, wann geht, runke wird. Auf jetzt, hör mal auf hier rumzumachen, deine Telenovela, Alter. So, hier Mädels, komm mal her. Und hopp, und hauen, hüpp, und tritt, hüpp, und Achtung, Hände vor. Hopp, und hüpp, hüpp, und tritt, hüpp, jawohl, hopp, und hüpp, und hopp, hopp, hüpp, jawohl. Alles klar, super, gut gemacht. Auf jetzt, Jungs, was ist los mit euch? Hey, nicht einpennen hier. Hände hoch, und hopp, schlagen, hüpp, hüpp, und tritt, hüpp, und hier, Hände hoch, Hände hoch. Auf, was ist los hier, du Bomber. Und zack, komm, eins, zwei, und tritt. Was nicht schon wieder? Du musst auf Toilette, beide Hände zusammen, mach die Hände zusammen, wie? Mach die Fäuste zusammen, kannst auch ohne. Fäuste zusammen, beugen uns, und jetzt darfst du auf Toilette gehen, los geht's. So, du, Dunja, dann trainierst du mit dir mal zusammen, komm, hier beide, los geht's. Aber jetzt Gas geben, auf, Mädels, Power. So, jawohl, aber mach leichter, mach leichter. So, Mädels, klappt's? Jawohl, sauber, zeig mal her, Achtung. Und, hopp, und, hüpp, 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 jawohl, sauber, komm, Hände vor, Hände vor. Und, hopp, 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 jawohl, Pfeif, super, gut gemacht. Ja, mein Pfeif.